Der aktuelle Lieferengpass von Baumwolle trifft besonders die Wattestäbchen-Industrie. Mehr und mehr Menschen klagen von verstopften Gehörgängen. Die Regierung ist sich der Situation bewusst und arbeitet daran, dem Problem entgegenzuwirken. Experten zufolge ist dies wohl die schlimmste Wattestäbchen-Krise seit 1936. Der Lieferengpass macht sich auch beim Aktienmarkt gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020